Und Leute, willkommen zurück. Die dritte Ebene ruft. Wir haben gerade noch einmal offscreen gerastet. In die dritte Ebene. Achso, erstmal eine Wette. Also Pausen-Challenge ist natürlich immer noch aktiv. Erstmal eine Wette, Hauptgegner in einer dritten Ebene. Nein. So, die am häufigsten vorkommen. Achso, ah, verstehe. Sorry, habe ich nicht verstanden. Toll. Ja, ich... Ich sage nächsten Menschen. Ich glaube, wir kriegen Schlangen. Okay, ich tippe auf Menschen. Irgendwo muss der Kult ja noch sein. Schauen wir einfach mal. Menschen wäre mal eine schöne Abwehr. Frank hat noch nichts gesagt. Doch. Ich habe Troll gesagt. Ach, Troll. Ach, sorry. Oh, Gott sei Dank. Alter, gerade noch gerettet. Ich rede mit dem. Um so weit gekommen zu sein, müsst ihr auf der Suche nach dem Tod sein. Ja, das stimmt. Ich will euch gewähren, Eindringling. Äh, was? Wo kommt diese Stimme her? Sie klingt nicht, als käme sie von einem Skelett. Ah, ein untoter Leutnant. Das wissen wir natürlich sofort. Das sehen wir. Ihr sprecht über uns und beobachtet uns durch dieses Geschöpf. Das ist keine einfache Anwendung der Kunst. Beeindrucken. Nein, nein, nein. Kein Eindringen. Ich wollte gerade gehen. Ja, also... Das hört sich nach der Top-Antwort an. Ja. Wir brauchen Netz. In Sekundenbruchteilen stehe ich wieder zu weit vorne. Das sehe ich jetzt schon. Ich habe mich gerade auf sieben und... Ja, das vertreibt... Nee, kein Eindringen ist nicht das, was Sinn sagen würde. Ja. Geht das ja nochmal weiter? Ja. Ja, äh... Bei uns zweite. Ja. Wir haben heute einen Untodeswesen getroffen. Es schade, dass wir noch dagegen mit euch nicht vernichten müssen. Guck mal, da steht das auch schon voll. Es griff uns an, nachdem es uns angesprochen hatte. Eine kleine Horde... Ach, das sind Gruftschrecken. Das sind keine Trolle. Ja, dann mach Untode, vertreiben. Das macht er schon. Ich muss erstmal nach hinten gehen. Eine kleine Horde... Alter, was klappt denn da? Ja, jetzt mach mal wieder. Das war knapp. Du musst... Oh, das ist schwer. Das sind aber echt viele in sehr schneller Zeit. Ja, ich hau da gleich... Ich hau da gleich einen O-Dem rein. Ich bin von vorne stehen und hau einen O-Dem rein. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Äh, Autosale. Klappt das. Ich bin jetzt Zusammenstellung der Gruppe und seh nix, aber okay. Bevor wir runtergehen, mach ich nochmal irgendwie die koordinierte Verteidigung oder so. Das geht ein bisschen auf Rüstungsklasse. Ja, sehr gut. Du hast den untoten Lieutenant halt schon durch die Tür gesehen, ne? Ja, genau. Ja, dann los. Äh, wo ist denn... Wo ist denn Armanessa? Ah, und ich muss auf, wir machen jetzt was ganz Schlaues. Ich verlasse mich auf euch. Ach da, okay. Okay. So, seid ihr soweit? Ja. Komm da. Okay, oh Gott, das wird aber gleich schwierig hier mit dem... Ja, du machst den O-Dem und ich geh zurück. Verstanden. Ja. Aber das war auf jeden Fall mal ein Schadenswurf. Er zaubert... Ja, ihr könnt Schluss machen. Ja, ihr müsst sich mal wieder ein Blutbad anrichten. Also, eigentlich war es ja ganz gut so. Also, wir brauchen nur noch eine zweite Schadensquelle. Kann vielleicht Zinn oben noch eine Steinhaut auf sich machen? Kann ich machen, ja. Ach, das wäre ja Quatsch. Aber das ist irgendwie... Wieso Quatsch? Das wäre ja Blödsinn, ein Schutzzauber. Jetzt. Also, ich meine, die sind ja schon viele, also... Ja. Und die geht vorne. Ja, ich muss nicht mal... Ja, deswegen muss man auch keinen Schutz haben. Ich habe ein Sch... Äh... Durch ein Schild geschützt. Ich gucke gerade mal, ob ich noch... So, jetzt, 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 jetzt... Die hält nur eine gewisse Anzahl von Runden. Bitte runter. Ja. Die Steinhaut hat... Ach, die Steinhaut hat... Zack, runter. Ich bin runter. Ja, 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 ich bin doch schon da. Ich muss gleich schnell die... Ja, ich bin zauber-einfach... Ach, nee, den Blitz kannst du nicht zaubern, weil du nicht vorne stehst, ne? Ah, guck mal, tatsächlich kann man jetzt eine Sache weniger auswählen, wenn ich nicht angesprochen werde. Das ist ja interessant. Ja, siehst du, genau. Ja. So musste ich tatsächlich Dialoge führen. Ja, das habe ich... Genau, hatten wir ja schon rausgefunden. Meine ist einfach zu dumm dafür. Äh, du machst den Odem. Wo steht Frank denn? Steht der... Ich stehe hinter... Aber er ist ja hinter der Zauberin, meine ich. Ja, okay. Und, ähm, kannst du einen Blitz reinzaubern? Ich glaube, dann reicht das vielleicht vom Schaden her. Du musst allerdings natürlich noch vor mich gehen. Äh, das wäre dann ja ich. Ja, oder... Also reagieren und einen Blitz zaubern. Oder einfach... Geh nach oben rechts und zauber von da aus einen Blitz rein. Dann bist du ja nicht mehr hinter. Ich gehe Richtung Frank. Okay, aber ich gehe einen Schritt zurück. Ich bleibe auf der Stelle stehen. Okay, dann, äh, counting on you guys and most important good luck. Ja. Oh, oh, schlecht gesetzt. Äh, sorry. Ich danke dir. Ich danke dir. Oh, der, der... Oh, der... Kreisliche... Der, der ließ sich ja gar nicht retten. Den habe ich schlecht gesetzt. Sag mal, kurze Frage. Hast du das, ähm, hast du das durch Zufall, ähm... Hast du das durch Zufall auf eine bewegende Kreatur gesetzt? Nein, ich... Nein, aber... Vielleicht... Hab ich schlecht gesetzt. 62 Schadenspunkte durch Feuer. Das ist ganz gut, der Zauber. Okay, wir müssen noch mal da ran. Alter, Falter. Hast du, ähm... Wie viele Striche gibt das jetzt für wen? Das gibt einen Strich für Achim und auf der, ähm... Auf der Friendly Fire-Liste gibt es einen doppelten Strich für Kroschkopf. Ist doch klar. Doppelten? Warum doppelten? Ja, weil du ihn zerfetzt hast. Ja, dann müsste aber der Zerfetzte auch kriegen, doppelten. Ja, klar kriegt der Zerfetzte einen doppelten. Ach, den kriegt aber, äh... Beide einen doppelten. Ja. Beide... Beide... Ja. Also... Ach so, ja, kann los, denn ich hab den Schutz zauber schon. Ja, ist okay. Ich steh eh gleich wieder vorne. Das ist so kacke. Weil sie die jetzt nach Spielern aufstellen und nicht nach... Der auch noch. Aber das... Also, moin. Also, die Augenhabe ist gecrashed, aber wir haben unten auch nichts erreicht, außer qualvoll zu sterben. Wir kriegen noch Hass, genau. Na ja, kriegen wir schnell. Schau mal schon wieder weg. Erstmal alles andere. Jetzt hau mal. So, und runter. Runter, ne? Runter? Mein Auftrag ist klar. Ach, scheiße, jetzt schritt ich wieder mit dem... Na ja, ist ja egal. Wir finden eh das gleiche. Hast du gerade auch gesehen. Ja, haben wir doch auch. Guck, da unten steht doch das gleiche. Eine kleine Horde Gruftschrecken. Eine kleine. Okay, also... Horde! Der Plan wie folgt. Also, Feuer oder Blitz und hoffentlich sind alle tot. Bereit? Ja. Oder vielleicht auch anstelle des... Feuerodems, ich weiß nicht, ein Netz. Wäre vielleicht auch geil. Uh, bis ich das gefunden habe in der Leiste. Wer geht aber viel Zeit? Ja, dann mach Feuerodem. Ja, mach Feuerodem und dann das Netz. Ja. Okay, go. Ja. Ja, also... Achim. Hat's leider erwischt. Okay, ich versuche das gleich nochmal mit dem Netz. Mit dem Netz, wie wir da oben auch einfach alle stehen. Macht Sinn, dass wir oben in den Raum reinlaufen? Ne, wir kommen nicht durch. Das habe ich ganz am Anfang probiert, da rein zu rennen. Und das hat nicht geklappt. Da wurde ich einfach... Äh... Die Gruftschrecken haben mich gekockblockt, sozusagen. Ich kam einfach nicht... Wegkommt. Also ich versuche gleich Netz zu zaubern, das ist vielleicht das Sinnvollste. Ich lege den Zauber auf den Sportkant und dann... Ja, ich lege den auf den Sportkant rein oder wie. Ja, genau. Naja, ich würde da stehen bleiben für alles, was durchkommt, bis du im Nahkampf deutlich taugig bist. Ja, okay. Ja, sonst habe ich eh wieder Probleme, dass ich ewig auf die Waffen zu wechseln. Genau, aber was im Netz steht, kümmert uns ja erstmal nicht. Ja. Wir fokussieren uns ja auf die Leute, die... Okay, kann losgehen. Ja, 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 ja. Ich muss das gleich noch im Shortcut packen, sonst brauche ich zu lange, dass es zu finden ist. Okay. So, der kann da raus, dafür Netz da hin. Haben wir schon Hass? Ja, kann runter. Ja? Ich verlasse mich auf den Stein verstanden. So, jetzt packen wir das. Angenommen. So. Oh nein, ich stehe selbst im Netz. Verdammt. Aber die anderen auch. Tötet sie, Amanessa, tötet sie. Ja, ich probiere es doch. Ich gehe auf den Frostschrecken, ja. Ja, den ersten haben wir. Ja. Achtung, Feuerball, Achtung, Feuerball. Nein! Nein! Ich bin so doof. Achim! Achim! Weißt du, du hattest so viel Zeit. Ich glaube, Achim wurde wieder... Aber das funktioniert. Das funktioniert. Mit dem Netz funktioniert. Oh Mann, es tut mir leid. Das tut dir gar nicht. Das Netz muss ein Stück weiter nach hinten. Du stehst ja ganz weit vorne. Du kannst es an den äußersten Rand der Sicht machen, sozusagen. An der aufgedeckten Sicht. Oh, Friendly Fire 5. Ja, mich hast du auch getroffen. Mit 28. Alter, ey. Scheiße. Ja, das... Ja, okay. Es gibt auch gleich wieder zwei Striche. He, he. Ist aber schade. Das macht aber... Wie viele Tode hast du jetzt? Keine Ahnung. Ich zähle nicht mit. Ähm. Aber es macht Sinn, dass wir dann sofort auf den hier Hauptfritzen da gehen. Ja, ja. Hab ich ja gemacht. Aber ich bin dann eventuell im Netz drin. Ja, das... Nee, ich zauber das weiter weg. Ja, ja, ja. Ich kriege das gleich besser hin. Also ich gehe erst einen Schritt zurück und dann hau ich auf den Typen ein. Ja. Ich hab das dahin gezaubert, wo ich immer das Feuerodom gerade hingezaubert habe. Das war nicht so klug. Ich kann nicht. Jetzt. Alles klar. Denn jetzt geht's alle los. Jetzt fliegen gleich die Löcher aus dem Käse und so. Ja, ich glaube, wir haben es jetzt. Und das hat doch gerade deutlich... Ähm, ja. Netz ist schon da. Mehr Zuversicht verbreitet, ja. So. Mein Auftrag ist klar. Komm zurück. Nein. Alter, da kommt so viele durch. Alter. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Nein. Nein. Achtung. Doch, vielleicht. Ich hat's erwöhnt. Oh, dann hab ich schon wieder einen von euch vor... Ihr lauft doch immer ein Seher durch. Hey, Mann. Guck mal, wo der Hänge. Nee. Ich hab gesagt, dass ich auf den Typen gehe. Frank, da leidet auch noch 52 Schaden durch irgendwas. Durch Feuer. Ja, aber jetzt guck mal. Ja, ja, ja. Aber ganz ehrlich, wir könnten das alle super weg tanken, wenn wir 104 Lebenspunkte hätten, ne? Nur mal so. Noch mal rasten vorher? Oder jetzt hier vor dem Speicher natürlich scheiße, ne? Weil ja schon Hass geweckt ist. Ja. Können ja. Also das... Das frustriert mich jetzt ein bisschen. Ich bin echt frustriert. Ich sag's nicht ungern, aber ich werde nicht mit einem Mal euch alle hoch heilen können. Ja, nee, das war... Das geht von der Menge nicht. Ja, das machen wir einfach auch nicht. Ist schon okay. Okay, pass auf. Das ist kein Problem. Ich mach nur noch Netz. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Das sind ja kalte Schrecken. Die kriegen von Feuer wahrscheinlich mehr Schaden. Das ist ja nicht doof, aber... Kannst du danach einen Feuerball oder sowas erzählen, ne? Ja, den Feuerball kannst du vielleicht besser platzieren. Nee, das war ein Feuer Odem. Dann hab ich den... Da hab ich den Winkel noch nicht so raus. Ich war auch nur außen... Ja, das Netz war... Dieses Mal sind zu viele durchgekommen. Also ich weiß nicht, vielleicht muss es... Doch mehr ranzaubern. Muss es doch auf die Gefahr drin, dass einer drinsteht zaubern. Ja, ist schon okay. Aber wenn die erstmal drin sind, ist es ja alles okay. Ja. Dann können wir die ja raus. Und dann den Zauberer hinter die setzen. Ja, ich bin ja gleich da. So, und runter. Ja, wir kriegen das jetzt hin. Wir kriegen das schnell. Alter, diesmal konnte ich den... Ich konnte... Guck mal hier. Aber der ist ja schon unterwegs. Ja. Sehr schön. So, jetzt fuhren wir es feiern. Okay, jetzt mach ich den... Nein, wieder weg. Wieder weg. Ich hau schon auf ihn ein. Super. Super. Haben wir... Ahaha. Okay. Achtung, hier kommen wir wieder durch. Hey, kämpf da außen mal ein bisschen. Ich mach das. Achtung, nicht vorlaufen. Nicht vorlaufen, Mann. Der ist gar nicht tot. Prima. Oh, geil. Easy. Alter, Spiele. Easy. Ja, was machst du denn da jetzt? Alles gut. Ich dachte... Da ist noch einer. Der ist ein... Bogenschütze. Ich hau die Bogenschütze weg. Ja, ich bin schon dabei, Mann. So, nicht bewegen jetzt. Nicht bewegen. Alles ist gut, Mann. Solange du weg bist. Voll Stress. Irgendjemanden habe ich wieder erwischt. Und dann lag da plötzlich eine Rüstung. Ich dachte, ich hätte einfach noch... So, warte, Leute. Jetzt nicht bewegen. Das war dumm jetzt. Ja, ist egal. Das war kein starker Zauber. Okay, gut. Ich habe gespeichert. Ich gehe jetzt mal gucken, ja? Ja, hier da. Ja, easy. Haben wir gerade easy den Encounter... Moment, Moment. Ja, das sind so kleine, kleine... Ich kann Sklette zaubern. Ja. Alter, ey. Das war... Heide Wittker. Ah, ja, das war geil. Alter, das war eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs auf einem Streich, ey. Ja, sieben wäre eigentlich... Ach, neun, zehn, elf, elf. Nein, okay, jetzt kann ich auch nicht rechnen. Neun. Ja, das war schon eine schöne Sache. Ich habe mal Pfeile aufgenommen. Ich lege die wieder ab, ne? Ja. Liegen bei mir. Ja, cool, die gleich. Ach, wenn man einen Hass hat, wenn ein Hass weg ist, ist man dann nachher schöpft. So schön was ist. Ja, das ist ja nicht. Okay, das reicht. Ich muss schlafen. So. Ich habe genug davon, wie ein verdammter Mauleser herum. Hier liegen noch Pfeile rum, übrigens, ne? Ja, die brauche ich. Ich werde die mir jetzt... Also, Pfeile könnt ihr liegen lassen, obwohl ich mir habe. Boah, hier sind das magische Bolzen. Ich sammle die Bolzen ein. Hallo, Bolzen, Bolzen, komm zu mir. Will er nicht? Meine Item-Schnellleiste funktioniert nicht. Ah, jetzt funktioniert es. Meine auch nicht. Jetzt funktioniert es bei mir. Liegen viele Pfeile. Bolzen. Ich bin schon unterwegs. Du wiederholst alles, was wir schon wissen. Entschuldige. Alles gut. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir es geschafft haben. Lass mich an, klappen zum Lagern. Und ich bin glücklich, dass ich niemanden umgebracht habe. Irgendjemand hat irgendwie Schaden von mir bekommen, aber ich glaube, ansonsten... Da liegen jetzt doch ein paar Pfeile rum, oben. Magische. Ja, die habe ich genommen. Ne, da liegen immer noch welche. Großes ist das Gebiet. Am Eingang. Ne, die habe ich eingesammelt, eigentlich. Ne, jetzt gehen wir mal. Guck mal, hier gehen wir in die Mitte, wo ich stehe. Da sind immer noch Auswahl wählbar. Jetzt ist er weg, der erste. Ne, es hat doch keiner Schaden. Das sind noch fünf normale. Ja, das wird wohl hier sein. Ja. So, ich speichere nochmal, Leute. Mehr sehe ich nicht. Ach du, andere. Ne, ist ein untotter Lieutenant ist hier irgendwo. Oh, Gegner. Alter, der gleiche Encounter nochmal, Leute. Blit rein, Netz. Ich zaubere schon Netz. Ich zaubere schon Netz. Noch einer. Noch einer. Na, drei, die schon. Vorsichtig. Vorsicht, Leute. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wieso leben die alle noch? Autsch. Autsch. Aber, Mann, er ist doch Vorsicht. Ja, die wollen nicht. Wie immer. Ja, ich bin tot. Was sag ich? Ich konnte es sehen, Alter. Der kommt einfach nur vorbei, um mich abzuhören. Ich habe gesagt, lass uns bitte speichern. Oh, nein. Das geht nicht. Aber gut, wir haben den ersten, haben wir. Wir haben einen Fuß in der Tür. Das ist das Wichtige. Immer positiv denken. Leute, wir haben einen Fuß in der Tür. Es läuft doch. Ja, du hast den Fuß in der Tür und kriegst dann sofort ein Kipp verschiebenbein, ne? Ja, du kriegst gleich einen Kipp in die Fresse. Erst hast du einen Fuß in der Tür und dann einen im Gesicht. Zack. Das erinnert mich daran, wie ging der Spruch noch, den George uns heute noch erzählt hat. Von wegen, er zerbricht deine Brille mit der Faust, während du sie aufhast. Ich kümmere mich drum. Ja, irgendwie, genau. Ich zertrete deine Sonnenbrille, während du sie aufhast. Ja. Bam. Alter, die Pfeile kommen aber auch genau zur richtigen Zeit. So, äh, jetzt, ähm, speichern wir bitte erstmal. Seid ihr soweit? Ja. Jop. Ja, wir sind schon wieder einmutiger durch die Gegend. So, oben kommt der gleiche Encounter nochmal. Ich geh vor, denn sehen die mich nicht. Und ich Zaubernetz. Der will wieder was sagen, der will wieder ballern. Ja, dann los. Zauber das direkt auch vor denen, direkt vor denen. Dann sieht er dich nicht beim Zaubern. Und dann schau uns, du bleibst alles hinterher. Ja. Sehr gut. Alles, was jetzt rauskommt, muss in unsere Skelette landen. Los sind, wir glauben an dich. Ja, hier. Das war sehr gut drauf. Oh, da hinten stehe ich immer noch. Wir stehen alle da hinten. Ja. Ich habe aber nur noch hier so einen schönen Eisregen. Mal gucken. Alter, sind sie immun gegen, du Trottel. Die heißen kalte Finger. Immun gegen diese Antikaten. Das kommt für die Party-Antikate. Ja, hatten wir. Ich dachte, sie sind nur halb immun. Na gut. Aber ich wollte mal zeigen, was ich kann. Ich glaube, ich habe noch mein Ode. Also alle mal zurück. Ich bin hinter dir. Alle weg. Ja. Alle weg. Jetzt haben wir keine Tanklein mehr, du Trottel. Hinter, es sind aber auch viele da. Ach du Scheiße. Blitz rein oder sowas? Das sind immer noch zu viele. Boah, Alter, das trottel. Die sind immun. Oh nein, ich kann die wieder nicht anklicken, weil die zu schnell laufen. Einer muss mal kurz einen tanken. Ich halte nur einen schlag auf. Ich bin tot. Ich bin tot. Es war so gut. Ich glaube, unsere Tanklein wegzuballern, das war nicht so gut. Aber sonst war es eigentlich ziemlich gut, so wie es gelaufen ist. Ja, dann machen wir es nochmal ähnlich. Können wir einen Ansatz reinhauen auf? Ich mache die zwei Feuerbälle und nochmal das Odem und dann... Auf jeden Fall nicht den Kälte kriegen, der bringt nichts. Nein, nein, der ist... Der bringt gegen Untote... Ich glaube, alle Untoten sind generell gegen Kältestaden immun. Als ob so ein Untoter nicht frieren würde. Das finde ich schon ein bisschen diskriminierend. Ja, du sagst halt einfach, diese Untoten, als würden die alle vom Nordbull kommen. Im Prinzip sagst du, das sind alles... Das ist die Mose. Ne, alle Santa Clausen. Zomi-Nazis. Ja, Zomi-Nazis.